herzlich willkommen hier ist eine neue folge auf dem arsch jetzt die hopf der sofort und die tabakernte beginnen wir gleich mal mit dem fahrzeug hier haben den kurs geladen speichert haben wir nicht wenn wir den normalen helfer nehmen das schafft er jetzt auch wir müssen die geschwindigkeit anpassen die 10 km h fahren kann und begrenzt auf 1 wird auch nichts dann werden wir gleich mal den traktor holen und voll machen und damit auch drive wieder aktivieren müsste noch gespeichert sein hier muss geflügt werden aber das muss ja nicht heute gemacht werden wir schaffen wir schauen mal dass das dann auch zumindest morgen herst kinder so alt komm mal so alt 0 und links dass wir so 1.9 glaube ich ja es scheint zu sein also ich hab glaube ich als cosplay nicht da wollten wir düngen hier dünge modus groß generierung feld 14 vorgewende 2 und groß generieren einmal einstellen wie gesagt heute beginnt eine neue aufnahme session mit einem schönen samstag hat es mich da wollen wir jetzt nicht mal ein stroh auch nicht das ist jetzt müsste auch cosplay sein alt 0 die zentfel gerade da theoretisch könnte auch die 1 gewesen sein so hier ist es unser tabak das machen wir später das ist ein jahr das ist ein euro hier haben wir jetzt auch kein kurs geladen aber macht nichts für die normalen helfer aber die kurse nicht gespeichert und daher ist es ja nicht ganz so dramatisch aber normalen helfer kommen in regel auch klar gefällt das man nicht an gedacht das bgh sondern leer macht anführungszeichen das wassertrailer diesel also unser auto das ist den wollten wir zurück fahren und dann machen wir erstmal den da genau den im klas mal einen gang bringen ne und gleich hier nehmen wir auch einen normalen helfer weil die auch keinen kurs gespeichert haben obwohl wir gleich mal sehen der ist voll können wir gleich mal den lkw holen ne und entsprechend entleeren und dann ausmachen laufmachig rüber tabak muss aufgepflückt werden da sind jetzt theoretisch vier felder ja 1 17 18 und die 21 flügen also sobald ein feld fertig ist los den tabak will ich nutzen für die produktion von landschutzmittel irgendwann hat geschafft habe den globalen markt auf mein privat umzustellen dann werde ich das nutzen für thüringen aber nicht für tabak sondern für den platz umgekehrt werde ich weizen und gerste hierher befragten also das ist die optimale lösung weil hier die katzenproduktion sind und in thüringen habe ich auch riesige felder und somit große ernten ich werde sie abnehmen und entsprechend umgekehrt so dass es eigentlich die kosten sich bei null halten sollten also pauschal ja klar ist der vor richtig groß tank merkt man auch gleich ne aber die produktion wir heute noch nicht aufbauen wir werden mal sehen wie die bierproduktion in gang kriegen sobald wie möglich mal eine ladung oh die hat keine kollision ob das absicht ist oder nicht anders geht oder nicht wusste so mal die funktion mit diesen ja dass sich die frucht oder die allgemeinen die sträucher und so entsprechend bewegen das ist aber ls 19 unterfall so ebenfalls erhöhen hat der automatische unterweist gesetzt und hier können wir mit 10 km h fahren machen wir auf so da habe ich mal schauen das hat unser fahrzeug ob der meist noch reif wird ich weiß es nicht so eine globale markt ist aktiviert gleich mal und günstige eine tippe markiert verkaufen sehen noch nichts wir haben jetzt zwölf miller dürfte tiere keine das ist genug futter und links haben was aber so aber ich werde es gleich noch kontrollieren deshalb wo die milch abkippen bremse wie gesagt gleich mal kontrolle machen weiß ja nie schweinestahl den wollte ich verfrachten zum tiermarkt also die sollen ja also die paar sind weg das ist ja der junge stall ne und das die kommen ja nicht entsprechend das sind die kälber passt auch milchhof gut das genug da aber das machen wir wenn wir Zeit haben Kälber und Stall so gucken wir mal ganz kurz bei der Portion nach da genug Ware da ist Mist ist auch knapp Mist und Gärreste können wir bei Gelegenheit hier herbringen ja jetzt mal waren fünf tage der ton zu leise da habe ich mein mikrofon leider ein bisschen weiter weg gehabt hoffe dass es heute passt hintergrundmusik da habe ich erstmal den modus im player direkt im Aufnahmprogramm das klappt auch äh Musik ist abends unterschiedlich laut das kann ich nicht immer mal mal umstellen hab's auch so früher nicht gestellt weil es einfach nicht ging und quasi hätte ich aufwändig machen müssen also im Prinzip ja kurz raus und wieder rein also jetzt ist es optimal ich kann direkt am äh am Player laut und leise machen so jetzt sehen wir gerade die Ernte läuft Hopfen der eine ist voll aber Blocking können wir die werden irgendwann fahren klappt letzt mal ja auch und wir können uns um die anderen Sachen kümmern äh Ernte ist noch Mais das sind gekaufte Felder zwei Stück und zwar die sechs und die vier sobald wir hier mit durch sind also der der und der und das hier ungünstig ist weil die verschiedene Breiten haben dann muss ich sehen dann wird der entsprechend also das andere hier CP ist eigentlich Cosplay na gut wenn der hier fertig ist mit dem ach so ach das ist unser Düngerstreuer also wenn der jetzt hier fertig ist dann geht es rüber zu 18 und der würde dann praktisch hier oben anfangen wegen Maisgebiss Breite also das ist ja mal ideal beim Cosplay wenn die Arbeitsbreite Schale wird blockiert und das ist nicht gut das ist ein normaler Helfer schade hier ist die Campo geht ok müssen wir gleich mal den Rest ausbringen müssen schon viel Milch da sein jups naja gut doch ist viel das ist echt halt die Zahl ja Mist haben wir auch genug da waren wir auch noch ein bisschen warm also Mist und Gülle wie so die Gärreste ja das ist von dem Plan ja das ist von dem Plan ja das ist ein bisschen bequemer hinten geht ja und dann können wir noch ein bisschen hopfen schon mal reden von zur Rauerei wir sollten mal schauen dass wir das das beladen dauert lange aber noch einen feiten LKW da eigentlich nicht das haben wir eigentlich nicht doch haben wir schauen wir mal hier ist alles vorhanden gut ja aber wir haben keinen Anhänger dafür das haben wir jetzt nicht wüsste ich jetzt nicht dass wir einen Anhänger frei hätten also LKW meine ich jetzt da ist kein Platz wieso nicht da oben ist Platz da oben ist Platz weiter mit dem Wasser rein so so können wir weg machen Hopfen Tabak die werden fast voll die fahren wir zum Händler vielleicht kaufen wir noch gleich einen Anhänger ja unser Graswächst ja auch schon ne dann ist ja wenn wir hier fliegen müssen naja haben wir ein bisschen was tun ne aber dann macht der aufgereift Cosplay alleine so jetzt haben wir hier schon einen Anhänger aussteigen gucken wir mal nach gab es hier Veränderungen ich glaube nicht ich glaube nicht ein Pilz genau eine Keule das sind alle Unterstützer von der Marsch aktuell jo nach Zeit das ist hier für Twitch aber Twitch soll ich nicht machen ich will sie auch nicht übertreiben so wir wollten mal gucken ich brauche einen preiswerten Anhänger oh die sind nicht alle preiswert Krampel 62.000 soll auch ein großer sein ne 59 60.000 nur so lang und der ist 56.000 ich habe ja verschiedene mal gucken 80.000 habe ich ja schon wir haben ja beim Mist bin für alles mal ich habe so viele noch nicht genutzt in Anführungszeichen so der hat 50 und der hat 60.000 das wäre so ein langes geschossen wir könnten sie 80.000 wenn wir probieren ne zurück mal gucken mal überlegen Geld brauche ich das heißt piepen kriegen wir hier bei der Bank 80.000 so ich wollte mal den großen testen also hier in zwei Achse geht auch noch mehr nur weiß weiß ja das geht nur ne designer Farbe designer Farbe gut der kippt unten ab da ist er der ist auch fertig wie immer da oben habe ich mir noch nicht gesehen aber 100% voll da parkt ja mal günstig mal sprinten hier so das ist schon die erste folge ich sag mal tschüss und winke winke tschau tschau ja danke fürs reinschauen bis zum nächsten mal morgen geht es weiter tschüss also ausmachen